Hallo und Willkommen. Wir haben ein Problem und zwar mit dem neuen Firefox, der Firefox Quantum, den ich hier mal als privates Fenster starte. Es stellt einige Sachen nicht dar. Ich suche jetzt mal das Modell meiner Hauptplatine heraus, gehe dort auf Service & Support, klicke anschließend auf Treiber und Hilfsprogramme und wähle mein Betriebssystem aus. So und seitdem ich den Firefox Quantum drauf habe, kommt hier nichts an der Stelle. Den Link hatte ich schon gespeichert, das ist so der richtige Link. Ich kopiere den jetzt mal und teste was. Ich starte den Microsoft Edge, füge den Link einmal ein und gehe auf Weiter. Gehe auch hier wieder auf Service & Support, anschließend auf Treiber und Hilfsprogramme. Wir wählen auch hier wieder mein Betriebssystem aus und siehe da, die komplette Auswahl ist vorhanden. Dies ist offensichtlich ein Problem, des neuen Firefox Quantum, dass ihr mir den Inhalt der Webseite nicht komplett anzeigt und darstellt. So und damit ich ganz sicher bin, dass auch kein Fehler von mir dabei ist, habe ich mal mein Antivirenprogramm aufgemacht. Dann habe ich mal nachgeguckt, ob ich hier bei den Web-Einstellungen irgendetwas falsch gemacht habe und irgendeinen Haken gesetzt habe, aber nein, ich habe sogar extra zum Testen alles ausgeschaltet, was mit Website zu tun hat. Da ich sicher bin, ist alles aus, gehe ich jetzt noch mal zur Webseite meines Herstellers, ruf sie wieder auf, nach wie vor mit dem Firefox Quantum, diesmal auch nicht als privates Fenster, sondern als ganz normales Fenster, bestätige mit OK, dass Cookies gesammelt werden dürfen, gehe wieder auf Service & Support, treibe Hilfsprogramme und wähle wieder mein Betriebssystem aus. Leider ist nach wie vor in der Auswahl nichts weiter vorhanden. Ich versuche nochmal, das Betriebssystem auszuwählen. Auch bleibt nach wie vor auch dabei, dass er mir nichts anbietet, was in der Auswahl jetzt eigentlich kommen müsste, nämlich meine Treiber. So, auch hier gehen wir nochmal zum Edge und testen nochmal den schon vorhandenen Link, klicken auf das Betriebssystem und siehe da, die komplette Auswahl ist wieder vorhanden. Also ist das eindeutig ein Problem des Firefox Quantum. So, nur sitzen wir hier, haben ein Firefox, der die Webseiten nicht so darstellt, wie sie tatsächlich vorhanden sind und haben ein Problem, was machen wir? Ich habe festgestellt, mit einer neuen Installation des Firefox lässt sich das Problem umgehen. Wichtig ist, man muss erstmal die alten Einstellungen rausschmeißen. Wie macht man das? Drüber installieren bringt nämlich gar nichts. Ich zeichne mal den Weg. Erstmal, damit man seine persönlichen Einstellungen und Lesezeichen nicht verliert, empfehle ich einmal den Firefox wieder zu starten. Dann auf das Symbol zu klicken, welches wir in dem anderen Video von mir her schon hingelegt haben. Gehen auf Lesezeichen verwalten. Gehen auf Verwalten. Dann sagen Importieren und Sichern und gehen Lesezeichen nach HTML exportieren. Ich empfehle einfach die Lesezeichen nach aktuellem Stand zu sichern. In dem Fall wäre das Januar 2018. So, schon habe ich sie gesichert. Am besten noch FF davor für Firefox. Januar 2018. Dann weiß man später auch mit der Datei wieder was anzufangen. Die kann man später dann auch wieder importieren. Lesezeichen von HTML importieren. Dann kann ich den wieder auswählen. Und dann hätte ich meine Lesezeichen alle wieder da. Das ist mal ganz wichtig, weil Lesezeichen gehen ganz gerne mal verloren. Auf diese Art kann man sie gleich sichern. So, dann wird der Firefox wieder geschlossen. Jetzt drückt man die Windows-Taste und den Buchstaben R. Also Windows-Taste drücken. Gedrückt halten die Buchstaben R einmal dazu. R wie Richard. Und gibt das hier ein. Und zwar das Zeichen für Prozent. Dann das Wort App Data mit zwei Ps. Dann wieder das Zeichen für Prozent. Das findet man auf der Großbuchstabentaste und der Zahl 5 über dem normalen Buchstabenbereich. So, und wenn ich das getippt habe, drücke ich anschließend OK. Wenn ich auf OK geklickt habe oder die Enter-Taste gedrückt habe, kann ich dann diesen Mozilla-Ordner entfernen. Aber A. Bevor ich ihn entferne, gehe ich erstmal in die Systemstellung von Windows. Gehe auf Apps Deinstallieren. Suche mir den Firefox heraus. Und sage dann den Firefox Deinstallieren. Und dann ist der weg. Nach der Deinstallation die beiden Ordner löschen. Und zwar einmal den Ordner Mozilla in Roaming. Und dann haben wir hier nochmal in Local auch nochmal den Ordner Mozilla. Da ist er auch diesen bitte wieder löschen. Solltest du beide Programme drauf haben. Die Mozilla Firefox und die Mozilla Thunderbird. Keine Panik. Passiert nichts. Der Thunderbird liegt nämlich seinen eigenen Ordner an. Auch dafür habe ich schon mal eine Anleitung gemacht, wann der Thunderbird Ordner zu löschen ist. Denn auch da gibt es manchmal Probleme, weil man den Thunderbird neu installieren möchte, weil es vorher ein Problem gab. Ja, aber wie gesagt geht es um den Mozilla Ordner. Dieser kann dann entfernt werden, nachdem das Programm deinstalliert wurde. Dann kann man sich den neuen Firefox herunterladen. Dann kann man die Installationsdatei sich in den Download Ordner legen oder wo man gerne möchte. Desktop oder wo auch immer. Hauptsache, man findet ihn wieder. Den Firefox neu installieren. Ich habe festgestellt, danach funktioniert alles wieder. Und die Webseiten werden auch wieder einwandfrei angezeigt. Auch hier würden wir nochmal mit Asus versuchen. Oh, da haben wir ja nochmal mein Motherboard. Welches ich extra gewählt habe, weil dieses Motherboard mehr SATA Anschlüsse hat als die anderen aus dieser Chipsatz Reihe. Die haben diese sechs Anschlüsse, dieses Jahr acht Anschlüsse. Tut jetzt aber nichts zum Firefox dazu, sondern es ist nur als Information. Ich gucke nochmal und zeige nochmal, wie es funktioniert. So, ich gehe dann nochmal auf den Support Bereich. Gehe dann wieder auf Treibers und Utilities. Warum man heute die englische Seite nimmt, ist nicht so dramatisch. So, ich sage das Betriebssystem Windows 10 64. Bitten Sie da. Alle meine Downloads sind vorhanden, die ich benötige. Treiber, Bios, LAN, Utilities, Chipsatz und so weiter und so fort. Auch die Qualified Windows List, die QVL für den kompaktiven Arbeitsspeicher. Gut, aber jetzt rutschen wir ja vom Thema ein bisschen weg. Hier ging es um das Thema Firefox und nicht um das Thema meines Mainboards. War jetzt nur eine schöne Demonstration, dass jetzt nach der neunten Installation das Firefox alles wieder einwandfrei funktioniert. Wenn dir mein Video gefallen hatte, dann hinterlasse bitte einen Daumen nach oben. Sollte es dir nicht gefallen haben, hinterlasse bitte einen Daumen nach unten. Es wäre auch schön, wenn du in den Kommentaren eine kleine Information hinterlässt, warum du so entschieden hast. Also sollte dir mein Kanal allgemein gefallen und du bist der Meinung, das, was er da macht, ist okay, das möchte ich öfter sehen. Wäre es schön, wenn du mich abonnieren könntest, dann weiß ich, dass ich auf dem richtigen Weg bin und kann so weitermachen. Vielleicht sehen wir uns demnächst wieder hier bei mir auf dem Channel. Bis dann. Ciao. 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 Vielen Dank.